Mein Name ist Jörg Maywald und ich bin in der Deutschen Liga für das Kind als Geschäftsführer tätig. Diese Liga für das Kind ist ein Zusammenschluss von vielen Verbänden in Deutschland, sehr interdisziplinär. Das heißt, wir haben die Medizin, wir haben die Pädagogik, die Psychologie, die Soziologie und auch das Recht hier versammelt. Unser Fokus ist die frühe Kindheit, also die ersten sechs Lebensjahre. Ich glaube, es ist auch wichtig hier zu nennen, da wir ja auch über Kinderrechte sprechen, dass ich in der National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention seit vielen Jahren einer der beiden Sprecher bin und ein kinderrechtsbezogener Ansatz auch zu meinen fachlichen Grundüberzeugungen gehört. Ich glaube, das Zentrale ist, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben besondere, in gewisser Hinsicht auch andere Bedürfnisse als Erwachsene. Und natürlich gelten die Menschenrechte auch für Kinder. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und viele Menschenrechtskonventionen gelten selbstverständlich ohne jede Altersgrenze, für Jung und Alt und auch für die ganz Kleinen. Aber Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen. Zum Beispiel das Recht auf Bildung ist für Kinder natürlich in einer anderen Weise besonders wichtig. Oder das Recht auf Spiel natürlich für Kinder besonders wichtig. Auch das Recht auf Schutz vor sexuellem Missbrauch ist auf kinderbezogen nochmal ganz besonders auszugestalten. Und nicht zu vergessen natürlich der Vorrang des Kindeswohls. Der Name sagt es ja schon, hier ein Vorrang, der für Kinder wichtig ist. Deshalb gibt es eben nicht nur die allgemeinen Menschenrechte in verschiedenen Konventionen niedergelegt, sondern auch die UN-Kinderrechtskonvention, die die Menschenrechte für Kinder ausbuchstabiert. Und zwar interessanterweise ist die UN-Kinderrechtskonvention das am meisten ratifizierte Menschenrechtsübereinkommen überhaupt. Es sind dort sowohl die bürgerlichen, politischen Rechte, aber auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte enthalten. Es ist ein sehr umfassendes Vertragswerk für Kinder, für alle Kinder auf dieser Welt. Wenn es um Kinderrechte geht, dann sind die folgenden Aspekte aus meiner Sicht ganz besonders wichtig, dass nämlich alle Rechte miteinander zusammenhängen. Also es gibt eine Unteilbarkeit von Schutzrechten, Förderrechten und auch Beteiligungsrechten. Das kann man an vielen Beispielen auch deutlich machen. Ein Kind, nehmen wir eine Kita, möchte, das ist einer der klassischen Konfliktfälle, möchte bei kaltem Wetter ohne Mütze nach draußen gehen. Und es möchte ohne Mütze nach draußen gehen. Das heißt, die Frage der Beteiligung, der Selbstbestimmung spielt hier eine Rolle. Kinder haben ein Recht auf Beteiligung, aber natürlich haben sie auch das Recht, geschützt zu werden vor gesundheitlichen Gefahren. Und es könnte sein, dass tatsächlich dann die Erkältung winkt. Und Sie sehen hier, hier geht es um die Balancierung eines Schutzrechts auf der einen, eines Beteiligungsrechts auf der anderen Seite. Und das ist aus meiner Sicht besonders wichtig, dass wir nicht einzelne Rechte absolut setzen, sondern den Zusammenhang sehen zwischen diesen drei Bereichen Schutz, Förderung und Beteiligung. Wichtig ist mir auch, dass wir die Ganzheitlichkeit von diesen drei Aspekten sehen. In Deutschland beispielsweise, wenn wir von Kinderschutz sprechen, meinen wir meistens Gewaltschutz. Das ist natürlich ein wichtiges Schutzrecht, aber die Schutzrechte sind viel umfangreicher. Es gibt das Recht auf Schutz vor schädigenden Einflüssen von Medien, Medienschutz, Unfallschutz, Gesundheitsschutz, Diskriminierungsschutz, eines der wichtigsten Schutzrechte oder auch das Recht auf Schutz der Privatsphäre eines Kindes. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Schutzrechte. Wenn es um die Förderrechte geht, also den zweiten großen Bereich, auch hier eine Vielfalt. Das Recht auf Bildung, das Recht auf Gesundheitsförderung, das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, soziale Sicherheit, damit Kinder vor Armut geschützt werden. Und auch eines meiner Lieblingskinderrechte, jedes Kind hat das Recht auf Spiel, Freizeit, Ruhe, Erholung, künstlerische und kulturelle Betätigung. Also eine Vielfalt von Förderrechten. Bei den Beteiligungsrechten natürlich vor allem, dass das Kind das Recht hat, selbst seine Sichtweise darzustellen und darüber hinaus auch, dass diese Perspektive des Kindes angemessen berücksichtigt wird, wenn es um Entscheidungen geht, die das Kind betreffen. Neben dieser Unteilbarkeit der Kinderrechte ist mir auch wichtig, dass es hier um eine Universalität von Kinderrechten geht. Wir haben inzwischen einen weltweiten Kinderrechtsstandard, der eben nicht nur in Europa oder gar in Deutschland gilt, sondern der in allen Kontinenten hier berechtigten Anspruch hat und wir eine universelle Geltung von Kinderrechten haben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, gerade in einer Zeit, wo es ja um zunehmende Vielfalt geht, wie auch viele Familien Kinder aus anderen Ländern und Kontinenten haben, darauf bestehen zu können auch, dass auch das Land, aus dem sie kommen, die Kinderrechtskonvention ratifiziert hat und wir hier eben eine universelle Gültigkeit haben. Die Frage der Umsetzung der Kinderrechte nach der UN-Kinderrechtskonvention kann auf sehr unterschiedlichen Ebenen beantwortet werden. Zum einen geht es ja um die rechtliche Umsetzung. Also ist die Kinderrechtskonvention in Deutschland rechtlich verwirklicht. Sie ist geltendes Recht, was viele übrigens nicht wissen. Sie hat rein juristisch den Rang eines sogenannten einfachen Bundesgesetzes, also genauso wie das Bürgerliche Gesetzbuch oder das Kinder- und Jugendhilfegesetz geltend. Aber sie steht unterhalb der Verfassung nach unserem Grundgesetz. Das heißt, wenn es Konflikte gibt zwischen der Kinderrechtskonvention und dem Grundgesetz, dann ist das Grundgesetz höherrangig. Das ist einer der Gründe dafür, warum nicht nur ich, sondern viele in Deutschland ja die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz fordern. Dann hätten wir auch rechtlich eine viel klarere Verwirklichung der UN-Kinderrechtskonvention. Noch wichtiger natürlich, wenn Sie aus der Perspektive der Kinder das Thema behandeln, ist natürlich die tatsächliche Verwirklichung, wie weit Kinder eben nicht nur Rechte haben, sondern auch zu ihrem Recht kommen. Da gibt es natürlich riesige Probleme. Die drei größten sind sicherlich Bildungsungleichheit, dass wir wissen, dass in Deutschland nicht jedes Kind die gleichen Bildungschancen hat, sondern es sehr stark abhängt von dem familiären, von dem sozialen Hintergrund. Das ist eine große Thema. Das zweite Thema Armut. Wir haben einen großen Teil der Kinder in Deutschland, rund jedes fünfte Kind, was in Armut lebt. Das ist klar auch gegen die Prinzipien der Kinderrechtskonvention, die einen angemessenen Lebensstandard für jedes Kind vorsieht. Das dritte große Thema ist sicherlich die Gesundheit, dass wir auch da sehr ungleiche Chancen haben, gesund aufzuwachsen. Schauen Sie, wo Kinder leben. An befahrenen Straßen oder eben in günstigeren, ökologisch auch günstigeren Umgebungen. Dann gibt es sehr große Unterschiede in Deutschland und eine große Ungerechtigkeit. Natürlich haben wir auch viele andere Themen. Gewaltfreiheit, auch Beteiligung von Kindern wird keineswegs überall ernst genommen. Übrigens auch im juristischen Bereich nicht. Auch heute, wenn es um Trennung und Scheidung geht, haben Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind, nicht in jedem Fall die Möglichkeit, ihre Perspektive vor Gericht auch darzustellen. Die Frage der Verwirklichung der Kinderrechte hängt auch damit zusammen, inwieweit Kinder ihre Rechte kennen. Denn Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Ebenen. Und dazwischen liegt ja eigentlich auch noch die Frage des Kennens von Kinderrechten. Und es hängt sehr davon ab, ob beispielsweise das Recht auf gewaltfreie Erziehung umgesetzt ist, ob ein Kind weiß, dass es nicht gehauen, geschlagen werden darf. Es gibt schöne Untersuchungen dazu, dass Kinder, die ihre Rechte kennen und die auch gewohnt sind, dass sie gehört werden, dass ihre Ansichten berücksichtigt werden, allein dadurch schon besser vor Gewalt geschützt sind. Das heißt, Kinderschutz braucht Beteiligung und Beteiligung braucht übrigens auch Kinderschutz. Beispielsweise, dass Kinder ja nicht gezwungen sind, ihre Meinung zu äußern. Wir sollten Kinder auch nicht drängen, sich zu Wort zu melden, sondern das ist ein Recht und keine Pflicht. Also Kinderrechtsbildung und der Zusammenhang zwischen diesen Bereichen Schutz, Förderung, Beteiligung, das ist sehr, sehr wichtig für die Verwirklichung der Kinderrechte. Das Besondere der Rekaner Reflexion ist ja, dass sie die seelische Gewalt in den Vordergrund rückt. Etwas, was nicht selbstverständlich ist. Meistens denken Menschen an körperliche Gewalt, wenn es um Gewalt überhaupt geht, und natürlich auch den sexuellen Missbrauch, gerade wenn es um Kinder geht. Das ist weit verbreitet und im Bewusstsein der meisten Menschen auch fest verankert. Weniger die seelische Gewalt. Und das schätze ich sehr an den Rekaner Reflexionen, dass das, was ja oft subtil, aber manchmal auch sehr deutlich Kindern gegenüber ausgeübt wird, nämlich Beschämung, Bloßstellung, Entwürdigung, auch verbale Gewalt, das Anschreien, die Erniedrigung, aber auch umgekehrt das Ignorieren eines Kindes, das Nicht-Beachten, das ständige Vergleichen mit anderen Kindern oder auch das Instrumentalisieren eines Kindes für Zwecke, die nicht im Interesse des Kindes liegen. Oder auch die Erpressung, das gibt es ja durchaus auch. Also alle unterschiedlichen Formen von seelischer Gewalt, die eben auch nicht nur im häuslichen Milieu, in den Familien eine Rolle spielt, sondern auch in den Institutionen für Kinder. Und darauf richten sich ja die Rekaner Reflexionen, dass auch pädagogische Fachkräfte hier ein Selbstbewusstsein, eine Selbstreflexion haben sollten und ihr eigenes Verhalten auch kritisch hinterfragen sollten und letztlich eben an den Rechten der Kinder ausrichten sollen. Das finde ich sehr positiv an diesen Reflexionen. Ein zweites kommt hinzu, dass ich mich sehr darüber freue, dass die Rekaner Reflexionen ja nicht nur Missstände benennen, sondern dass sie auch eine positive Orientierung geben. Es geht ja um ethische Grundsätze, die hier formuliert sind. Und das ist, glaube ich, für die Fachkräfte in der Praxis sehr, sehr wichtig, dass nicht nur Negatives benannt wird, das braucht es natürlich auch, sondern dass sie auch eine klare Orientierung an die Hand bekommen, was ethisch zulässig ist. Ich habe in diesem Jahr ein Buch herausgegeben, publiziert, das den Titel trägt, Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern. In diesem Falle ganz deutlich auf die Kita, auf Kindertageseinrichtungen bezogen. Ein Feld, was bisher sehr vernachlässigt war. Wir kennen natürlich in Deutschland die große Diskussion um sexuellen Missbrauch, die sich vor allem ja um Heime, Internate, Schulen gekümmert hat. Kitas waren so ein bisschen außen vor. Aber es wäre sehr unwahrscheinlich, dass da die besseren Fachkräfte arbeiten. Ich denke, die Diskussion hat die Kita bisher ausgespart, weil sexueller Missbrauch tatsächlich, es kommt auch vor, aber nicht so häufig in Kitas, einfach weil da keine Betreuung nachts in intimen Situationen stattfindet. Und auch die soziale Kontrolle relativ groß ist in Kindertageseinrichtungen. Es gibt meistens zwei Fachkräfte, die ja auch ein Auge aufeinander haben. Aber, und das ist das Thema dieses Buches, es gibt andere Formen von Fehlverhalten und Gewalt gegen Kinder, die sehr häufig vorkommen. Körperliche Übergriffigkeit, zum Beispiel der Zwang zum Essen oder auch, dass Kinder gedrängelt werden, zu schlafen und ruhig zu sein. Auch in Einzelfällen, gerade im Krippenbereich, dass sie angebunden werden, um nicht vom Stuhl zu rutschen. Oder, dass das Plastikletzchen unter den Teller gestellt wird, damit sie hier fixiert sind. Aber vor allem natürlich seelische Nichtbeachtung, Bloßstellung, Beschämung von Kindern. Es kommt sehr, sehr häufig vor in Kindertageseinrichtungen. Wenn man genau hinschaut, ich kann gerne mal ein Beispiel nennen, das illustriert es vielleicht auch ganz gut. Nehmen wir eine Kindergruppe, die gerne in den Park aufbrechen möchte oder auf den Spielplatz und es geht um sehr junge Kinder und die Erzieherin stellt fest, dass ein Kind jetzt gerade die Windel voll hat. Was natürlich nicht sehr schön ist, jetzt noch mal das Kind wickeln zu müssen und die anderen müssen warten. Es kommt aber eben sehr darauf, wie damit umgegangen wird. Und in diesem Fall, den ich jetzt gerade im Blick habe, war die Erzieherin sehr verärgert, jetzt noch mal diese Prozedur da erledigen zu müssen. Das Kind war auch nicht gerade begeistert davon. Das haben sie irgendwie hinbekommen und dann sind sie zur Gruppe zurückgegangen, die also an der Tür gewartet hatte und der Kommentar der Erzieherin war, hier kommt der kleine Hosenscheißer, wegen dem ihr alle so lange habt warten müssen. Das geht gar nicht. Das heißt hier vor der versammelten Gruppe, ein Kind für etwas, wo es nun wirklich nichts, keinerlei Einfluss darauf hat. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang, so zu beschämen, dass nicht nur dieses Kind sich sehr schlecht fühlen muss, sondern ja auch die Botschaft an die ganze Gruppe eine sehr negative ist. Denn auch die anderen Kinder müssen Angst bekommen. Mir kann das ja auch passieren und komme ich dann in eine solche Situation. Das macht einen sehr negativen Einfluss auf die gesamte Gruppensituation, auch bis hin auf Auswirkungen den Eltern gegenüber, die vielleicht dann feststellen, dass ihr Kind verstört ist und dann ein Vertrauensverlust stattfinden kann, letztlich auch das Image einer Einrichtung Schaden nehmen kann. Solche und viele andere Fälle habe ich in diesem Buch beschrieben. Es geht um sämtliche Formen von Gewalt durch pädagogische Fachkräfte, also seelisch, körperlich, auch was, nee, Distanzregulation, also sexualisierte Übergriffe, die ja nicht immer schwerer sexueller Missbrauch sein müssen, sondern manchmal auch leichte Formen der Verletzung der Körpergrenzen eines Kindes darstellen können. Sehr wichtig ist mir bei diesem Buch, die Ursachen auch deutlich herauszuarbeiten. Natürlich gibt es einerseits persönliches Fehlverhalten, charakterliche Mängel oder auch in der Geschichte einer Fachkraft in der Biografie liegende Probleme, die nicht bearbeitet worden sind, die dann im Umgang mit den Kindern wieder nach vorne kommen. Aber es gibt auch andere Ursachen, dass ein Team nicht gut funktioniert, dass eine Leitung ihre Verantwortung nicht wahrnimmt, dass es Überforderungssituationen gibt oder auch strukturelle Mängel, dass ein hoher Krankenstand vorhanden ist und dass wir die ganze Breite dieser Ursachen im Blick haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig in diesem Buch, natürlich gerade auch daraus Konsequenzen zu ziehen. Ich glaube, die wichtigste Konsequenz übrigens ist, dass Kindertageseinrichtungen sich darüber im Klaren sind, dass in jeder Einrichtung nicht immer gravierende Vorfälle, aber doch leichtere Grenzverletzungen, auch Übergriffigkeiten natürlich vorkommen. Das heißt, der erste Fehler, den eine Kita machen kann, ist zu sagen, bei uns gibt es das nicht. Das kann gar nicht sein. Wir müssen einfach nur genau hinschauen. Und vor allem, das ist ja das Wichtigste, also neben natürlich, dass das aufhören muss, dass es auch natürlich Gespräche mit den Mitarbeitenden geben muss. Aber das Wichtigste ist aus meiner Sicht vor allem, dass es zu Verbesserungen und zwar der gesamten Einrichtung führen sollte, das heißt, dass diese Themen angesprochen werden, dass sie nicht tabuisiert werden, dass es Reflexionsräume im Team gibt, in denen darüber gesprochen wird und auch klare Handlungsorientierung gegeben wird. Das sollte nicht jeder einzelnen Fachkraft nach Belieben überlassen bleiben, sondern es gibt einen klaren Vorrang des Kindeswohls, der natürlich in diesen Situationen auch dann in der Praxis gelebt werden muss. Das ist das Wichtigste.